Hallo Freunde und herzlich Willkommen hier bei LevisCard1210 zu einer News. Ja, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für euren fußballbegeisterten kleinen Bruder sucht, dann habt ihr die Möglichkeit bei Saturn euch PES 2016 für 1 Euro abzugreifen, Freunde. Ich denke, der Preis ist wirklich heiß für ein Xbox One Spiel. Ich weiß, es ist ein Fußballspiel, die werden schnell günstig, aber für 1 Euro kann man sich das mal gönnen, Freunde. Hier gibt es auch für 5 Euro, das ist die Day One Edition, da gibt es ein paar digitale Sachen dazu. Ansonsten haben wir hier noch WWE 2K17 für einen 5er oder Mafia 3 für 9,99 Euro, MB2K17 für 10 Euro. Ich denke, da kann man sich, vielleicht kann ja sein, dass man sich eine Xbox One geholt hat, und ein Spiel braucht zum Zocken, dann könnt ihr da mal schauen, Freunde. Ja, das war eine News hier bei LevisCard1210. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Ich sage bestimmt nächstes. Bye, bye.